So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit Kairos. Immer noch ein live Let's Play auf Twitch gestreamt und auf YouTube nach 3 hochgeladen. Und wir haben in der letzten Folge noch den Krieg gestartet gegen die Gruftis hier und haben dafür aber als Vasallen die Brettonen gekriegt, die uns hassen. Ich weiß nicht, ob dieses Bündnis hält oder nicht. Oder dieses Vasallentum. Wir werden es auf alle Fälle versuchen. So, jetzt muss ich kurz gucken. Kairos. Er rennt am besten mal da hin. Dann macht die hier platt. Ein Pyros Sieg. Uiuiui. Das müssen wir selber kämpfen. Spannend, dass es mal wieder eine eigene Schlacht gibt. Sehr gut. So, und Rickas wollte ich hier rüber schicken. Weil die Idee war, dass er da drüben... Zwerge tötet. So, Zwerge haben zwei große Probleme für uns. Sie sind sehr magierassistent. Das heißt, die ganzen magischen Sachen, die wir auf sie draufschmeißen, sind also nur so bedingt effizient. Wir werden es natürlich trotzdem besuchen. Dann das zweite. Wir haben eine extrem hohe Rüstung. Ich würde eigentlich noch gerne wissen... Ja, ich muss mal ganz kurz noch bei den Zwergen den Schleier aufdecken. Okay. Hier ist keine Armee. Das heißt, wir können eigentlich geliegen bis hierhin rennen. Und dann hoffen, dass wir bis dahin noch kommen, um die Platt zu machen. Magieresistenz gibt es nicht mehr so richtig. Hm. Weiß nicht. Was haben die hier? 35% Zauberresistenz. 35%. 35%. 35%. Ja, Zaubere sie, Magiere sie. Gut, ihr wisst, was ich meine. Attack. Nö, wir sind dumm. Okay. Okay. Wenn ich Zauberresistenz sage, dann meine ich Magieresistenz. Und wenn ich Magieresistenz sage, dann meine ich Zauberresistenz. Aber manchmal gibt es auch die Situation, dass ich Zauberresistenz sage und Zauberresistenz meine. Und manchmal gibt es die Situation, dass ich Magieresistenz sage und dann meine ich Magieresistenz. Das heißt, egal was ich sage, ich habe recht. Gut. Haben wir das geklärt? Wundervoll. Nein, ich habe es falsch gesagt. Natürlich. Ich habe es falsch gesagt. Ich meinte, äh, was meinte ich? Magieresistenz? Magieresistenz ist es, oder? Das ist das, was ich meinte. So. Eine schöne Gruff, die Siedlung. Von der Seite greifen wir nicht an. Das ist absolut tödlich. Deswegen gehen wir von hier. Klar, wenn hier was steht, können die Tüme, also wenn die bewandt sind, ist immer noch schlecht für uns. Oh, wait a second. Oh. Guck mal, wie cool. Es sieht aus wie ich. Wenn ich drei Tage durchgemacht habe. Ähm. Oh, Skorpion. Oh, ein Gruff, ein Gruff, die Let's Play wäre auch immer auch cool. So, also. Äh, welche Seite jetzt möchten? Wir gehen dann schon von hier. Besser gibt es wahrscheinlich nicht. Kairos, Kairos. Kairos. This has already happened. It is seen. Hahahaha. Get there. It has already happened. We already won. So, wir haben hier, äh, zwei neue Zauber, die mit dabei sind, ne? Das Einzige, was ein bisschen irritiert ist, dass jetzt die Zauberreihenfolge hier verrutscht ist. Dafür sind die anderen zwei raus. Finde ich aber nicht so schlimm. Kostet 13. Nicht wahnsinnig stark, aber... Wir töten alles, was Distanz-Technisch was drauf hat. Und der Rest wird einfach niedergeschossen durch Magie. So. Bin ich mal gespannt, wie der Zauber jetzt hier wirkt. Die Karte kostet aber auch 16, denn man erwartet sowas. Wenn der gegen gepanzerte gleich effizient ist, ja dann schon, aber ansonsten. Dir persönlich gefällt Leere des Tools nicht, ich bin auch eher Leere der Schatten. Das penumbrische Pendel, da ist viel Liebe dabei für mich. Die Effekte sind aus, das ist true, die sehen sich aber richtig gut aus. So, die sind mit Panzerung und Schild, versuchen wir Byunas Schicksal mal da rauf. Mal gucken, ob die Effizienz dahingehend ist. Okay, gut, man muss aber Fairness halber sagen, er ist teuer. Aber so gegen einzelne sehr starke Truppen kann er wohl was. Also wahnsinnig überzeugt bin ich davon nicht. Dann lieber Schattenmagie mit dem penumischen Pendel. Ich hab mir das Schwert weggenommen, nicht Vogel. Vogel. Was man noch sagen muss, er sieht einfach gut aus. Werden alle eingezogen hier und tot. Gegen Helden vielleicht? Ne, ist ja eigentlich gewollt, stark gegen 25 Einheiten oder mehr. We have a cordon. We have a cordon. Wir stehlen ihm die Magie nach. Kamen kann ich gar nicht. Ja, da kommt jetzt alles an, alles was böse ist. Die will ich, die Grabjäger will ich raushaben. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ich will, dass ihr runterschießt. Deswegen habe ich euch da hochgelotst. Ich sehe die Vergangenheit. Ich sehe die Vergangenheit. Ich versuche die immer schnell abzulenken mit dem. Hier geht es meinen Reitern. Ich bin noch stabil unterwegs. Geschwächt. Ich muss ein bisschen mehr Feuermagie hier draufschmeißen. Ich gebe all meinen Jungs hier mal Blammen. Wenn er tot ist, dürfte ein Großteil der Motivation zusammenbrechen. Wir sind viele. Jungs, ihr habt einen Job. Stellt euch einen ran und schießt da runter. Ja, das ist eh eine beschworene Unit. Ich bin noch nie. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nie. Ich bin draufgezaubert wieder. Die bremsen wir mal aus. Es ist so unendlich viel Zauber, was wir hier haben. Haben wir überhaupt noch Reserven? Null. Ich muss gar nichts mehr in diese Richtung machen. Ich weiß, wo zu gehen. Ich weiß, wo zu gehen. Das Problem ist, dass Todesmagie immer eine schlechte Wahl ist. Alle Fraktionen, die Zugriff darauf haben, haben auch bessere Lehren im Petto. Ja, in der Regel, das meiste, was Todesmagie hat, hat meist auch Schattenmagie. Ich meine, Todesmagie ist schon witzig. In gewissen Situationen auch ganz cool. Auch ein bisschen situationsabhängig, aber meist würde ich auch was anderes wählen. Also rein, wenn es um die Zerstörungskraft geht, tende ich auch eher irgendwo anders hin. Obwohl, Seelenraub ist, glaube ich, auch ein Todeszauber. Und ich finde Seelenraub eigentlich ganz gut, um feindliche, also je nachdem, was für ein feindlicher Kommandant oder Held es ist, kann sie teilweise damit schon noch recht cool killen. Wir werden den kurzen Sieg erhoben. Den kurzen Sieg erhoben. Haha, wir haben den kurzen Sieg geschafft, sehr schön. Kairos, Feetweaver, Kairos. Äh, Kairos wollte ich die Abklingzer noch reduzieren von allen. Bannungen und so. Ja, also, no mercy. Und jetzt automatisch Punktevergabe. Ne, wird eh eh fertig. Na, mach mal nur das und Bücher. Denn ich brauche Bücher. Dass die euch bezahlen? Wieso? Die wollen eh schon die killen. King of Vampire Coast. I have powers. You have powers? Oh. So, dann hoffen wir, dass Kairos noch hier hin kann. Und dann 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 da hin kann. Obwohl die Armeen sich schon in unsere Richtung bewegen. Naja, wir haben hier einen Helden. Stimmt, den habe ich total vergessen. Ausrufezeichen Held in den Chat. Wer kriegt? Könnt ihr den Namen des Helden hier kriegen? Ich überleg mir gerade. Ob ich noch eine Armee aufbauen soll. Und zusätzliche. Ja. Was auf der Seite noch mal in Krieg ausbricht ist das vielleicht nicht schlecht. Ja ja, wenn die genug Geld haben, holen die dann den nächsten. So, mit dabei ist... Katrin, hab ich es richtig geschrieben? Ich glaube so. Ich hoffe so. Ketzritz wahrscheinlich ausgesprochen. Wir warten hier noch. In der nächsten Runde bilden wir glaube ich noch eine Armee aus. Weil wenn die Krawall machen, brauche ich einer in petto. Falls hier noch was ist, brauche ich jemanden. Miau! Okay, dann ist es Kat. Wir nehmen die hier schnell raus und den hier schnell raus. Kommt hier einer rein. Hier zwei rein. Hier schnell, zugunsten von Kairos. Im Dschungel nehmen wir schnell raus. Das ist gut. Okay. Wenn Karak Zorn fällt... fällt... Das ist schlecht. Wir brauchen die Scaven eigentlich. Aber er mag Skabrand nicht. Also Korn hat da wohl Differenzen. Und das führt jetzt dazu, dass... Wurde vielleicht die Brettonen. Ja, wahrscheinlich sind es die Brettonen. Die Forschung geht weiter. Die Forschung geht weiter. Die Forschung wird eine Arbeitsplatte geben. Oh, Mario... Das mache ich voll... Ich bin gespannt, was die jetzt machen... So, dann machen wir eine neue Armee auf. Dafür machen wir nochmal, Ausrufezeichen Held. Also machen wir hier, Gehen rein, und dann noch ein Hexer. Und alle Zauber. Ah nett, wir mussten eh so einen rekrutieren. So, hier will ich... nehmen ein paar Hellebaristen mit, obwohl... wir fangen hier zuerst mit den Sachen an, die etwas länger dauern. Ja, komm zu mir! Wir könnten eine Shadow Kanone mitnehmen. Wenn die genug Punkte hätten, sogar noch Minotauren. Kann ich noch nicht. Gut, also, wie heißen sie? Der Kommandant trägt den Namen. Boss... Burn. Und der jetzt mag der Namen. Irania. Willkommen, willkommen! 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 Ich bin hier sogar noch Gold. Dann reißen wir das ab, um dann nach Gold rein zu Bastl. Also das ist ihre Haupt-City, wenn die fällt, können sie nicht mehr so viel Gutes rekrutieren. Eine mannhafte Niederlage aus. Ich glaube gegen die Zwerge werden wieder mehr kämpfen müssen. Die Autoschleift ist auch nicht zum einen Grundstand. Blut sind Mauern und alles noch dabei, darf man nicht vergessen. Hier zum Beispiel dann nicht mehr. Jetzt ganz kurz gucken, wo wir nach Verhandlungen in die richtige Richtung gehen. Ja, Mama war Skarbrand. Ja, ja. Ich denke, das dürfen wir schaffen. Wenn diese wichtige Zwergenstadt fällt, ist das für uns sehr, sehr gut. Hier sind ihre stärksten und besten Units drin. Wenn sie das verlieren, sind sie nicht mehr so groß. Also können sie nicht mehr so viel Widerstand bilden. Also, wo greifen wir an? Das sind Türme. Das ist noch deadlier. Wo man die Leute hier cool aufstellen kann. Ja, das wird wohl hier sein. Weil er dann hier Leute aufstellen muss, um das zu bemannen. Dann kann man reinschießen. Wir werden es von hier aus versuchen. Wachen! Wechsching Vorpahl! Hanno, danke! Danke. Keine Ahnung, pflegen. Na so. Keine Ahnung, pflegen. Okay, hundertprozentige Rüstungsdurchdringung. Du, Mates of Finch! Du, Mates of Finch! Du, Mates of Finch! Würde sich wahrscheinlich die der Rechtsseite nicht bewegen, oder? Geh mal runter. Geh die auch mal runter. Held euch so dahinter auf, bitte. Hallo? Tu dir nicht das, was ich sage. Okay. Ich versuche mal die Distanzkämpfer zu killen. Follower of Chaos! Xemondaranzo! Follower of Chaos! Follower of Chaos! Wir sind dann wieder hoch. Wir sollen die Mosketenschützen angreifen. Das ist ganz so. Wir wollen die Motoren. Widerabsched. Nein! Widerabsched. Wir wollen Sie. Wir wollen Sie. An wired-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er. An N-L-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R! Ich glaube, das funktioniert hier gar nicht so schlecht. Die Schwächen hier, die Rüstung ist schön massiv runter. Wir schwächen die Rüstung noch mehr. Falschen, aber egal. Langwärter. Ich suche mal das hier drauf zu ballern. Oh ja, das tut gut. Also nicht ihn, sondern uns. Das sind nochmal Langwärter. Wir schwächen die erneut mit einem Zauber. Damit geht die Rüstung schon mal runter. Und in dem Moment, wo die anderen rankommen, die Großen, schwächen sie die Rüstung gleich nochmal. Also die Zweihänder, in dem Moment, wo die Zug schlagen. Und jetzt haben die... ist ja auch keine Rüstung mehr. Obwohl, ich sehe gerade irgendwie, ob das nicht richtig funktioniert. Jaja, der Zauber schon. Aber es reicht. Also das ist was gar nicht Rüstungsdurchstrengend. Das ist einigermaßen Rüstungsdurchstrengend. Das ist auch einigermaßen Rüstungsdurchstrengend. Versuchen wir das auch nochmal. Versuchen die mit dem Zauber und versuchen sie hier festzuhalten. Mach doch mal den nächsten drauf. Wenn der erste fertig ist, dass direkt der nächste drauf geht. Weil sie werden festgehalten. Oh, direkt der nächste, der drauf ist. Ehrlich. Da muss das. Können die nochmal irgendwo was schwächen? Dann schwächen wir die. Dann haben sie weniger Rüstung und dann haben wir noch einen fetten Zauber drauf. Das dürfte die Moral, glaube ich, vollständig brechen. Okay, es geht einfach darum, Rüstung runterzubrechen, runterzubrechen, runterzubrechen. Da ist der Metallmagier eigentlich ganz gut. Also ist gut, dass Rickas dabei ist. Man spielt die Rüstung und Zauberer ist aber deutlich. Das war ja nur eine publige Garnisonstruppe. Ja, es waren Langbeard und so. Die sind schon stark und tapfer, aber es sind natürlich nicht viele gewesen in der Garnison. Und dafür haben sie sich halt sehr gewehrt. Beziehungsweise, da ist nicht so einfach der Schaden reingedrückt wie bei den anderen. Und ich muss immer gucken, welche Zauberer sind denn gut rüstungsdurchdringend. Den Atem zum Beispiel, dieses blaue Feuer, mit diesem aufgehenden Trichter, der bringt hier natürlich nicht viel. Die Feuerdämonen. Die Feuerdämonen. Sie rüstungsdringend haben. Ja. Die Feuerdämonen. Die Feuerdämonen. Da für den Feuerdämonen reinnehmen. Ja, das machen wir. In der Ansicht, dass der eine gute Ergänzung ist. Das ist ein legendärer, also das ist so Dings, die wir da einfach wieder rekrutieren können. Das gab kein Problem. So, das hat er gut funktioniert. Auf den Grundschaden. Das Helden-Tor hier. So, das ist ein harter Schlag für die Zwerge. Helapadisten. Nehme ich die Chaoskrieger noch raus und mache Helapadisten hier rein. Können wir gar nicht, warum nicht? Aber weil wir erst hier sind, gar nicht da, dann kann ich es abreißen und machen wieder mehr Grimuas rein. So, Mauser, du kriegst die auch zusätzliche Units, die wir beschwören können. Ich finde das eigentlich was das Beste. Wo ich die anderen Sachen nicht so wirklich getestet habe. Oh. Flickering Feuer, flackering Feuer. Wir schwächen die, denn dass wir da ein bisschen Dings da bauen. Die Zwergen-Armee, die beunruhigen mich. Die beunruhigen mich am meisten. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie mit einer anderen Fraktion in den Krieg rutschen und dann irgendwann verschwinden, aber das tun sie nicht. Ich glaube, gegen die Goblin-Kanonen, die man selber lenken kann, kommt nichts ran. Die Kamikaze-Katapulte von den Goblins, ja, die sind mega witzig. Oh, 14 haben die da wieder... Ach, mein Gott, überall Befestigungsanlagen. Wie kommen nur C hier voran, ne? Das sind viele Fähigkeiten, die die Leute kriegen. Wir machen mit denen mal nicht ein Dingspakt. Wir machen mit den Echsen-Menschen schon mal einen Run gemacht, aber ja, auch schon. Ich glaube, im dritten Teil noch nicht. Aber im zweiten Teil schon. Wir sehen... Ja, egal. Irgendwas. Wir sind... Ich bin hier durch. Keine Ahnung, Spezialist. No Mercy ist eh schon. Mega stark. Ich werde die Fähigkeiten konsultieren. Das ist verabschiedet! Wo sind die anderen Armeen? Die Fraktionsabsichten... Das Schöne ist, die Fraktionsabsichten, die sind jetzt gratis für mich. Also schon seit Ewigkeiten, ne? Aber sie kosten... In zwei Runden kann ich sie wieder machen. Das heißt, ich kann die Fraktionsabrichten von Camry aufdecken, fünf Runden lang. Und dann noch von den Zwergen, fünf Runden lang. Und dann wieder von Camry, ne? Die ganze Zeit hin und her. Das heißt, ich sehe ständig, wo was wie. Er hat hier eine Armee, die geht hier rüber. Er hat da eine Armee, die will hier rüber. Ein ganzer Armee, die Schöne ist die Schöne. Die Kup- Armged- Fertig. W supplement! Der Stoße ist das die Erkstisch. Der See Father tut mir um zu messen. Warum nicht ich sterbe? Mit Sartos eine Nicht-Angriffs-Pakt wäre gut. Ich sage mal, wir helfen gegen die Zwerge. Ist doch ein Scheiß. Okay, ne, ich lass es mal. Ne, ich lass es mal. Das Eisenstehen bleibt einfach da drin. Das sind wieder vier Zwerge. Oh, ich habe etwas vergessen. Ich hatte hier oben ja eigentlich das rausgenommen, um das reinzutun. Weil die Winde der Magie hier sehr stark wehen. Hier, Winde der Magie stürmisch. Das hat ja vergessen. Wir werden Mobilität steigern. Piranha kommt hier mit. Es wird noch etwas dauern, bis eure Armee dann ready ist. Bücher. Viele, viele Bücher. Oh, bitte. So. An der Grenze braucht es das hier. Jetzt können wir hier die Bücher reinnehmen. Das ist jetzt auch nicht mehr unbedingt Grenze, aber ich lass es dazu mal drin. Wenn der Waag von denen scheitert, sind sie ein gebundenes Fresse für Skarbrand, aber sie machen der Waag nicht scheitert. Was? Vergiss es! Wenn ich nicht meine Worte lebe! Sartos! Oh! Oh! Wie viele Runden eigentlich noch? Siedlung übertragen? Drei. Also gut. Die hier sind mit denen im Krieg. Und dachten sich kurzerhand noch, lass auch noch Krieg führen mit Siege. Also Kairos. Und jetzt sitzen sie mit beiden im Krieg. Und jetzt sitzen sie mit beiden im Krieg. In einer mehr als beschissenen Situation. Und jetzt erklärt er mir auch noch den Krieg. Wenn ich den Krieg gegen die Orks dann oben beenden kann. Was? 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 Wie viel Gebiet hat er? Nein. Was? Wir haben sie nicht angestackt mit ihm. In halben Monaten. Wir sind jetzt super viel im Krieg. Ja, die blutige Hand hat kein Interesse mehr. Huppenmeister. Kontrolle. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja... so ein paar minuteure nehmen wir noch mit ich hatte vergessen anzugreifen ich trottel konzentriert wie eh und je mal das hier ja obwohl in den bergen haben wir weniger verstärkung nicht so klar werde ich selber machen ja das hell der akute dienste geleistet so wie halte ich die jetzt auf ich schieße ihnen mal diese armee dann schauen wir ob er Frieden will ich schieße nicht mehr Zeit mit Petit ha trukin Eternals Skaliah! Ich überlege gerade. Zweige hier angreifen. Könnt ihr ihn ausbremsen? Aber ich wollte das Ausbremsen eigentlich für ihn brauchen. Er kriegt Dankeschön für 20 Monate. Geht nicht ausbremsen deinen König! Absolut nicht! Geht nicht ausbremsen! Geht nicht ausbremsen! Ich verabschied das! Geht nicht ausbremsen! Ich setze sie hier mal nicht rein. Ich weiß alles! Die kriegen wir mit Magie relativ gut. Die hier nicht. Die sind nicht so stark. Hier muss ich gucken wie wir das machen. Ich muss sich schnell in den Nahkampf verwickeln. Das ist auch Distanz. Nein! Du bist nicht! Okay wir versuchen es. Wenn die Zwerge nämlich da fallen. Jetzt die Frischfleisch. Dann können wir mit der anderen Armee durch den Bergpass ohne Probleme. Und kann mit der sogar vielleicht noch in die Wüste um die Wüste zu unterstützen. Und er kann weiter nach oben. Also Snake wird die Küste einnehmen. Die aktuell den Zwergen gehört. Wenn wir diese Armee besiegen. Ich bin's! Wie ist das? Deine Meister! Und dann geht's! Da geht's! Die Weavers' Decree! So, wir holen mal ein paar Blaue da und jetzt zurück. Die Idee ist eigentlich simpel. Ich versuche die zu opfern, indem dass wir einen Großteil davon in den Nahkampf zwingen. Ich versuche die zu opfern. Mein Ziel ist es eigentlich die Dings wegzukriegen mal in erster Linie. Ich versuche die Dings wegzukriegen. Ich versuche die Dings wegzukriegen. Ah, die sehen meine Kavallerie. Die Kavallerie ist nicht verdeckt. Die Dings wegzukriegen. Ich versuche die Dings wegzukriegen. Die Dings wegzukriegen. Jetzt sind sie versteckt. Aber wahrscheinlich weiß sie schon, dass sie da sind. Ich versuche die Dings wegzukriegen. 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 Die Dings wegzukriegen. Die Dings wegzukriegen sind ultra lang. Ich versuche die Dings wegzukriegen. Die Dings wegzukriegen. Sie wissen, dass es eine Kavallerie ist. Mit Rallis! This world is a game. Greater demons, a fleas. Unforabble their minds. The enemy's enemy. The enemy's enemy. I think that they come back. I think that they come back. Someone will answer me. The eye of Finsch! So, the cannon here is a problem. We fly outside and shoot them with the presence. And all that is better, we have to lose them. And all that is better, we should lose them. Genau, das ist das, was ich meinte. Das verdammte fliegende Sekt ist wieder da. Das sind beschworene Units, deswegen schicke ich sie da rein. Das ist übrigens Torek, Eisenstirn. Diese Gigropopter. Werner auch nix, ne? Jetzt geht sie eltgültig. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Ich habe keine Ahnung, was die KI gerade macht. Es scheint völlig überfordert zu sein, damit dass ich hier fliege. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe noch eine Idee. Wir nehmen den Beschworenen und schicken ihn hier vor der Kante rein. Also sie verschwenden schon mal ihre ganze Munition an einer beschworenen Kreatur. Das war's magietechnisch von unserer Seite her. Das Welt ist ein Spiel. Die Isle des Sieges. For the Dark Gods! Dezitt ist Wahrheit! In Ruinesten, Mann! Der Kult ist bereit! Gehen! Mein Gott ist die Wüste hell! So, wir rennen einen Ticken zurück. Wir reiten auch ein bisschen zurück. Ein cuttings zu meinem Ort! Wir nehmen ihn. Lass uns den Weg in den Flammen. Wälder Sie uns die Flammen! Und dann mal drüberfliegen. Die Flammenlaufen müssen erwischen. The world will burn! We bring madness! Harvest their souls! Savage duty! Remove this chain! Master of Sorcery! The world will burn. Waxi! 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 Instruments of deception. Knights of Zinch! Zinch shows us. We can go out. We can go out. Army of the Dark Dogs! Yes! Ich will die Flammenwerfer wegkommen. Ich will die Flammenwerfer wegkommen. Ich will die Flammenwerfer wegkommen. Ich muss nur hoffen, dass wir genug Munition haben. Ich glaube, das sieht gut aus. Ich will die Flammenwerfer wegkommen. Ich will die Flammenwerfer wegkommen. Ich glaube, wir laden hier so oder so nur aus der Reserve auf. Ich will die Flammenwerfer wegkommen. Aber ich dachte, es erhöht nur die Aufladerate. Wir stehlen nicht effektiv vom Feind. Also seine Aufladerate geht runter und unsere Aufladerate geht hoch. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Magie von ihnen zu uns rutschen. Aber korrigiert mich bitte, Chat. Wenn ihr es besser wisst. Okay, die sind draufgegangen. Das ist aber in Ordnung. Die sind eh da zum Verbrauchen. Klingt hart. Das meinte ich jetzt nicht. Aber ich setze so fliegende Einheiten, die etwas schwächer sind, gerne ein. Um zum Beispiel Katapulte oder Distanzkämpfer in einen Nahkampf zu binden. Dass sie nicht viel machen können. Dass sie nicht in der Lage sind zu kämpfen. Und die gehen dann auch meistens drauf, weil da Infanterie noch hin rennt. So. Grießkramtöter. Snake ist ein Grießkramtöter. So, hier könnten wir noch mehr Grimoire-Punkte machen. Und du könntest... Mehr Winde der Magie finde ich hier schon ganz gut. Obwohl ich die Reiter hier noch stärken wollte. Wir machen zuerst die Reiter und dann nachher... In Richtung Blitzschlag. Wir machen hier das rein. Viel mehr Units, die wir beschweren können. Ich will hier noch auf Arcane Kanalisierung. Dass die Magie noch schneller reinlädt. Ich habe nicht mehr Magie dabei. Aber wir haben sehr viel Magie. Die, äh... Die, äh... Gut Schaden macht. Die brauchen doch zwei Runden. Dann machen wir einmal die Chaos-Furien. Ich glaube, es... Es gab einen Etern mit... Äh... Mit einer Fähigkeit, die Reservenwerte des Kampfes leicht aufzufüllen. Also wir haben schon hier... Also die... Äh... Die anderen beiden haben schon einen Stab, wo sie sich selber Schaden zufügen und dafür die Magie... Auf Lauderata erhöhen. So zwei Punkte, die ich noch investieren kann. Geben wir ihm den. Nehmen wir was anderes. Ich habe den bis jetzt auch immer wieder mal eingesetzt. Wir nehmen den auch mit. Ja, das ist gut. Ja, das war eine Folge mit mehr und mehr... Mit mehr kämpfen. Sehr cool. Also... Mit ihm das, das... Das, das... Und bis er hier mit der Verstärkung anrückdauert ist. Obwohl er sich gleich auf dem Weg machen wird. Beacon! Okay, dann schauen wir, wer sich jetzt hier traut, was zu machen. Die versuchen jetzt alle zusammen. Weil die Idee ist, wenn sie alle zu mir rennen, dann blockiere ich sie für eine Runde und snack mir die nach und nach. Wir haben einen Blitzschlag. Wir haben verdammt viel Magie. Wir kriegen die kleinen. Aber sie müssen alle in meine Richtung rennen. Und was ich mit ihm mache, weiß ich noch nicht. Er ist... Ich habe absolut nicht mit ihm gerechnet. Weil der eh schon im Krieg war mit denen, dass der jetzt mir den Krieg erklärt. War für mich so ein bisschen... Wait, what? So... Bündnisbrechen wäre jetzt... Im Rahmen des Machbaren. Momentum. Wursag! So... Sartosa's most infamous! My anger rises like the tide. Don't test it. Hm. Fear the Pirate Queen! Tinker! 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 What do you offer? Things for burn fuel in my warpforges? Ja, das sind Aja sagt es klar. Ready to swordfish! Was wir mit dem da hinten noch nichts zu tun haben. Ansonsten wird das definitiv zu viel. Hier schnappen wir uns das hier. Hm. We fight, fort zinge! Take it, fort zinge! Ich schaue das hier, was wir hier oben haben, dann drückt er da durch, das ist ja gut. Ja, was gebe ich dir noch? Jetzt wirst du hier! Ihr werdet hier! Wohl, wirklich! Ja, ich bin so frei, die machen das schnell so. Er kommt nicht bis hier hin, er kommt auch nicht bis hier hin, aber sie kommen bis dahin. Jetzt werden sie wahrscheinlich, sie werden wahrscheinlich beide versuchen das hier einzunehmen und sich nebendran hinzustellen, damit sie es schaffen gegen ihn. Und der Blitzschlag von ihm ist dann gut für uns. So, machen wir als letztes noch das. Stoßen das ziehen. Ja, wir freuen uns, sonst etwas in diese Richtung bei uns. Und eigentlich muss ich den rausnehmen, weil der ist viel besser. Ich glaube, wir machen den noch und dann ist gut. Ne, ist okay. Ich bin damit nicht happy. Ich bin heiltrankt. Oh, das ist ganz süß. Dann nehmen wir halt den mit. So, ja, also, in der nächsten Folge, meine Damen und Herren, werden wir diese Schlacht gleich führen. Moment. Oh, ich habe es vergessen. Ja, das kann ich mir nur schwer vorstellen, dass das jetzt funktioniert. Einen Moment, da müssen wir das... Also, wenn das jetzt kaputt geht, bin ich enttäuscht von ihm. Wir nehmen noch keinen Frieden. Okay, er tendiert wieder in die Richtung. Das heißt, wir... Oh ja. Wir unterstützen uns ganz kurz finanziell. Ja, super. Also. Hier müssen wir hin. Es wird noch ein langer Weg. Wir könnten auch mit dem Boot gehen. Aber ich muss eh noch Siedlungen einnehmen für den großen Sieg. Ne? Und dann müssen wir die Pockenmacher vernichten und die sind hier. Ich habe keine Ahnung, wie groß sie sind, wie mächtig sie sind, ob sie unter Druck geraten worden. Also, ne? Absolut keine Ahnung. Ah, warte, die Skaten. Wir haben noch nicht angesprochen mit denen. Es wird wieder besser. Da müssen wir hin. Und die Zwege will ich eigentlich noch weg haben. Auch um Korn zu entlasten, dass die Zwege hier dead sind. Aber hier sind Skafen. Ich kann mir also sehr gut vorstellen, dass wir die Skafen irgendwie auf unsere Seite bringen. Nicht angespackt haben wir. Zumindest mit den einen. Es sind zwei Skafen. Aktionen. Äh, ja. Und in der nächsten Folge führen wir diese Schlacht hier. Immer noch mehr so. Zack. Das werden wir schon gewinnen. Jetzt arbeiten die ein bisschen tot. Aber so werden wir viele Sachen verlieren. Das will ich natürlich nicht. Gut. Wenn ihr mal das Feldstein guckt. Ihr wisst, was zu tun ist, ne? Like da lassen. Kommentar da lassen. Reicht auch schon, wenn ihr schreibt, hey, coole Folge. Da freue ich mich auch schon. Dann weiß ich wenigstens, dass ein bisschen Feedback zurückkommt und so. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Weiter die Zwergerblatt machen. Bis dann.